Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Max. In der letzten Folge haben wir das Struggle-Turnier abgeschlossen, Reflektor, und haben uns den Champion-Gurt erlangen können, weil wir Setzer besiegt haben, den vorherigen Champion, und ja, geil, ne? Keine Abwehr, sondern nur Elementarsachen, aber was soll's. Wir brauchen Potions. Und unser Kollege, Herr Penz, wurde in seinem Namen überhaupt irgendwann mal erwähnt, außer hier in dieser einen Szene, wo er geschrieben hat, Heiner Penz Ouellette. Also, keine Ahnung. Er hat jedenfalls vorgeschlagen, wir sollen, weil wir noch einen Aufsatz schreiben müssen, und der Sommerbett zu Ende ist, dass wir sieben Wunder von Twilight Town finden sollen. Und ja, dafür müssen wir, hat er schon gesagt, weiß nicht, hi, ww. Ich muss dann nähern, damit ich zu schlackt werde wie Cypher. Ich finde es nicht auf den Tuningplatz, aber ich glaube gar nicht, du könntest ihn schlagen. Ich glaube, man kann sogar noch in den Kämpfen jetzt, ne? Mal schon. Na, wird's aufs Mohl. Jetzt hier schatzt man auch irgendwo. Nein, aber es geht ja auch nicht über einen Straßenkampf. Okay, komm, ich höre mal auf die Fraser. Letztlich in der Potion. Dann haben wir eben einfach so verfahren, ja, kaputthauen. Also, wieso daneben gewesen? Jetzt kann man noch einfach auf die draufknüppeln, als wäre es nütz. Aber kriege ich auch eine Erfahrungspunkte. Okay, da ist eine Erfahrungspunkte. Okay, gut. Ich will erst mal weiter. Ich meine, irgendwann Turnier-Schatz von auftauchen, bin ich mir aber nicht sicher. Weil ich brauche Potions. Falls es ist, harte Fahrt kommt. Wir haben einen schnellen, ich laufe hier durch. Wir gehen uns um. Aber ich glaube, jetzt echt noch nichts. Nö. Was war das? Ich bin einfach so durch die Gang geflogen, okay. Ja. Man kann sich ja irgendwo Sachen kaufen, aber 50 Geld haben. Was ich nicht habe. Ja, wir sind so ein Bahnhof. Da kommen wir nämlich zum Dingens. Zu entwundenen, ist da nicht da irgendwas. Nein, dann trage ich noch nicht auf. Beim nächsten Gebiet da sind, das weiß ich. Also, ob sie da. Oh, gut. The time has come. Our hunt for the Seven Wonders begins. Whoa. Find new rumors already? Nothing on Market Street. You twerps aren't gonna scoop us. We're going to be tears with you. Heina, it's not a race. Well, it is now. Come on, we can all go. Jetzt was ist jetzt zum Glück nichts mehr. Die Bahn zum Nutzen oder wie. Und jetzt meine ich die Hin- und Rückfahrt berechnet. Sie hat Geld gesammelt haben. Egal. Was ist das? Was ist das denn? Ich habe da auch einen. Aber auch nicht. Okay. Okay. Ich war ja schon immer unnötig traurig, diese Szene. Ich habe mich an die Szene, als er das Geld verloren hat. Ja, gestohlen bekommen hat. Wisst schon. Olet, hurry! Huh. Aren't these the steps you talked about? The ones that count different going up and down? Hmm. Actually, it's the stupidest thing ever, but... What? Rhyse, the one who counted. He's like... Every time I count, it's different. You know? Hahaha. So, he just counted wrong? Ugh. Hey. No worries. Okay, wie hat sich das Gerücht betracht? Okay, wie hat sich das Gerücht betracht? Umgesprochen, wenn so ein Idiot verbreitet hat. Oh, Mann. Oh, Mann. Na, meine Karte, Herr Siebenboden. Er kommt zu mir, wenn du mich nicht weiter weißt. Okay, 1, 2, 3, 4, Armbeil, Moment. Ebener Sack. Schau mal den Sack auf den Abendrot-Hübeln gesehen. Unheimlich, der Weg ist, als ob er leben würde. Ich glaube, wir gehen, aber so hast manche Leute in einer Ecke des Abendrot-Viertels Doppelgänger vor sich gesehen haben wollen. Die Stimmen aus dem Tunnel. Da kommen unheimliche Stimmen aus dem Tunnel im Abendrot-Viertel. Könnte das vielleicht geißer sein? Weißt du, dass am Ende... Der Freund ist in der Mauer. Weißt du, dass... Am Ende der Gasse Bälle aus der Wand, wie aus dem Nichts erscheinen. Da scheint wohl jemand seinen Freund zum Spielen zu suchen. Wie ganz von Stufen? Reihazifanzieren der Stufen einfach nur erzählt. Das ist ihm ehlig. Sind ja nur 5 dann. Und dann meinen Sie schon, welche oder was? Okay. Oh, nochmal jetzt irgendwo hier. Eine Menge mysteriöse plötzlich mal untersuchen würde. Wie zum Beispiel gesagt, das ist ein Tunnel. Zum Beispiel hier. Aha. Aha. Okay. Ich suche jemandem in der Gasse. Aber warum ist er auch zurückgegangen? Ich habe es noch nie gesehen, dass mehrere Bälle daraus geschossen kommen sind. Immer nur diese drei Schüsse. Mehr nicht. Noch nie gesehen, ob danach irgendwann auch kam. Oh, du bist jetzt noch Oksas. Hast du gerade einen Ball geworfen? Nein. Aber da kam ihm aus Nichts angefangen. Bin ich erschrocken. Jetzt weiß ich es. Der Klasse ist eines der sieben Wunder. Irgendwie nicht. Spricht miteinander verdammt. Aha. Umrechnet dann keiner mit euch. Seid ihr verblödet. Wört. Aber hier sind Schatz, sondern weiß ich. Da hat keine Bewegung. Hör. Ich brauche ich gar nicht. Eigentlich. Ich muss den auch nicht auslösen. Da irgendwo hier glaube ich. Ja, damit. Herr, damit. Ausgezeichnet. Da sind wir mal hier. Wie läuft's? Wie läuft's? Die Sorte haben ich vielleicht aus. Da sehe ich mich hier ein wenig um. Okay. Mache ich auch mal. Okay. Oh mein Gott, das ist Anti-Rotz-Hass. Da habe ich Anti-Sore damals aus Kimaas 1. Wer hat mir auch so viel AP wie Cypher. Oh ja. Ich habe nur ganz strummzog auf die Gegner drauf. Aua. Das ist Wagen. Du hast mir AP abgezogen. Das gibt's nicht. Kann ich sagen, wir machen danach. Ja, ich habe schon misst. Oh ja. Oh ho ho ho. Oh ho 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 ho. Oh ho ho ho. Oh ho ho. Oh ho ho ho. Fluxus. 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 Das ist in Ordnung. Sehr seltsam. Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen, aber es war noch mein Spiegelbild. Ich werde es mehr stecken, nicht hinter Ihnen sind. Einen der Sieben Wunder. Aber wie bleibt sagt ihr eigentlich? Hallo? Noch ein Pisch? Warum sagst du dir nicht einfach, was passiert? Hey. Nicht überfahren. Tohe. Ist ja nicht auch rein zu spielen, wo, wenn man die Schatzung später aufhört hat, da irgendwie was wertvolleres drin ist. Kommt komisch auszutreten. Warne geklemmert zwei nicht so? Ich weiß gar nicht. Ja, ich war noch nie ein Fan von sowas. Ich weiß, wenn es die 6 war, glaube ich. Da habe ich die Regeln gebrochen. Wie? Und noch mal Bibi. Und noch mal Bibi. Okay. Warum nicht? Ich weiß, wie die Bibi ist. Aber kommt ja mal noch so ein Countdown. Da war ein bisschen intelligenter. Oh Gott. mal auf wenn deine dinge mal größer zu machen auf den stadt größer zu machen ein knüppel es ist los was machst du hier und so dass gebraucht das jetzt wohl kann ich ein wenig näher am schlecht nein es ist nur dass es da waren eben ganz viel wie es ganz viele wie es kapiere ich nicht wie auch immer ich bin fertig hier auch das hast du ruhig zeit damit okay ja also nur wieder trainiert hat jetzt oder waren gerade eben ganz viel menge wie klonier und dass er jetzt auf diese schutzfolgerung kommen da kann ich ja noch verstehen aber in dem bell mit dem doppelgänger war richtig dem ich also nebenbei abendbrot wird ich weiß dass ich abdruck für mich hat es ja immer gleicher wenn ich das sage mein ordner ist nichts ich habe eine truhe hat aber ich weiß dass ich zwei pustor jetzt kann ich einen verbrauchen nein warum einfach nur verbrauchen okay hier oben ist glaube ich noch eine truhe nein da lade ich falsch oh mein gott mach mal den hier da ist der sack ganz schön großer sack der wird nie im leben so ein ding reinpassen halte so lange auf dem sagt ist seine aussort von eingegeben ok ok aber ich glaube es ist so schnell kommt also noch nicht so schnell fahren wir haben die ganze zeit dem dreieck wird funktioniert glaubt mir als auch teilen machen als gilt so normalen aber nein weil ich mich ja ja das ging immer zwei man kann drücken die blöde unser kein einfluss außer sehr viel später in einigen boss kämpfen aber es war nur ein hund sie lassen ist abgelassen und es ist erklärt 1 der sieben wunder er hat sieht das nie jemand hallo da war noch so im augenwinkel von denen er hat gesagt er hat gesagt er hat gesagt er hat gesagt Das letzte Wunder war nicht genau wunderbar. Ich verstehe. Ich sage nichts mehr. Aber das nächste Wunder wird wirklich toll. Wunder Nummer 6. Wir haben noch eine Leid. Das Ghost Train Mystery. Jeder kennt Wunder Nummer 6. Ja, aber ich habe nicht. Hast du herausgefunden, wo der Train läuft? Du kannst es von Sunset Hill sehen. Okay. Von Sunset Hill. Aber sie ist noch nicht da. Was soll das? War das nicht noch 4? Boah! Ich dachte... Ja. Ich will jetzt eigentlich nur die Flutter. Die bleiben geöffnet. Ein paar Sachen weiß ich auch nicht. Okay, Entschuldigung. Lass mich. Weil die wichtigen Sachen, die weiß ich noch. Wenn die Wunder sind, dann wird es hier in einem Moment sein. Oder sie sagen, die Flutter ist leer. Keine Fahrer. Keine Fahrer. Keine Fahrer. Keine Fahrer. Keine Rückkehr. Wir warten, wir warten, wir warten. Ich weiß nicht. Ich erzähle mir das auch. Wir warten auf der Ghost Train. W-W-A-T-I-N-G-O-S-T-T-A-N? Hahaha! Warum schauen Sie mich immer immer an? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es Destiny. Destiny? In diesem Fall, wir sind Freunde. Ich fühle mich nicht an, dass ich mit Destiny kooperieren. Wenn Sie mit irgendwas kooperieren? Hm. Cypher! Ich weiß. Tomorrow. Schau! Ja, das ist da. Mit Sternchen. Und ein Zauber. das ist wirklich wahr. Und es gibt wirklich niemand an Bord. Was ist das Fertig? Es muss ein Fertig sein, oder? Und dann ist es echt? Los geht's zur Station! Los geht's rein! Was? Ähm, du hast getötet. Huh? Der Train wird kurz zurückgekommen. Der ist echt überall. Er ist überall. Er plant irgendwas. Ich weiß es. Er ist ja auch wesentlich dieses Spiels. Ein Train kam aus der Beach. Es gab keinen Fahrer, oder? Lass uns gehen, oder? Okay. Müssen wir dir wieder diese Jacke anziehen. Rucksatz hat's irgendwie nicht allein. Aber wir denken, er ist voll durchgeknallt wahrscheinlich. Also, wir gehen nach Hause und arbeiten auf dem Papier. Die rumors waren bogus. Die End. Wir können trotzdem so gut sein, wenn wir schreiben über all die Arbeit, die wir gemacht haben. Aber was ist das letzte? Die Seventh Wunder? Wer weiß? Ich weiß. Komm schon, Pence. Whatever. Roxas. Es ist in der Haunted Mansion. Was hat er da? Du sagst mir. Ich könnte den Park leicht beenden. Es ist doch in der Wand am Trampforum. Für zu den verwunschenen Herrenhaus. Das Ganze ist nur ein Gericht. Freut mich also nicht zu früh. Ja, okay. Wollte ich sagen, ich beende Partie. Und wir begeben uns zu diesem Herrenhaus. In der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Oh. Ich bedanke mich allertig fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Das war awesome. Tschüss.